Hallo zusammen, hier ist wieder heute der Lange und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg, ein unschlagbares Duo und für dieses Achievement müssen wir folgendes machen. Besiegt den Terragou im Sanktum der Herrschaft auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr die Nebel betreten und Moriats und Knöpfchen wieder vereinigt habt. Hört sich einfach an, ist es tatsächlich auch. Hierfür müssen wir einfach nur in der Nebelfase einen Mob zum anderen bringen. Also in dem Fall hier Knöpfchen zu Moriats. Wir sollten aber, bevor wir den Kampf beginnen, ein paar Sachen setuppen. Und zwar habt ihr ja diese Anima-Bonis, die ihr von den verschiedenen Mini-Bossen um den großen Boss außen rum ergattern könnt. Hier ist es von Vorteil, ihr müsst es nicht unbedingt, aber es ist von Vorteil, wenn sich ein, zwei Spieler folgenden Anima-Bonus holen und zwar seltsam instabiler Schlüssel. Das verursacht einfach, dass ihr 90% weniger Flächenschaden bekommt. Diese komplette Vereinigung muss nämlich innerhalb der Nebelfase sein und dort gibt es halt AE-Schaden, wenn ihr nicht in einem Safe-Spot steht. Ihr müsst aber rumlaufen und die Mobs vereinigen, dementsprechend kriegt ihr Schaden und dann ist weniger Schaden oder hier 90% weniger Schaden zu bekommen eigentlich eine relativ gute Sache. Als Tank haltet ihr es wahrscheinlich auch so aus, aber ihr macht es euch einfacher, wenn ein, zwei Spieler diesen seltsamen immateriellen Schlüssel mitnehmen. So, wie funktioniert das Ganze? Der Kampf beginnt, ihr spielt das Ganze mal runter bis zu dem Punkt, wo die Nebelfase beginnt. Der Boss castet dann den Nebel und dann wird alles ein bisschen schwarz und wir haben hier vier Marks aufgestellt und an diesen vier Marks außen kann quasi der Mobs spawnen. Ihr seht schon, hier bei grün konnte der Shadow einmal Knöpfchen anklicken, da hat man einfach so ein Zahl dran, klickt es an und dann schaut man, wo ist der andere Typ. Der war jetzt hier bei Stern, bringt den rüber und fertig ist die Sache. Das muss quasi in dieser Nebelfase passieren. Das habt ihr gesehen, das war relativ knapp, das war vielleicht nur eine Sekunde über, also man muss dann auch einigermaßen zügig sein. Deswegen würde ich euch empfehlen, da eventuell Klassen einzuteilen, die Speeds haben, wie zum Beispiel einen Druid oder einen Monk oder was ihr auch immer dabei habt, einen Schurke. Der Shadow hat es jetzt hier gerade geschafft, war aber verdammt knapp. Also Speedklassen haben es da tatsächlich wesentlich einfacher. Und wenn ihr das in einer Phase geschafft habt, wird das Achievement dementsprechend auch weiß und dann müsst ihr nur noch den Boss ganz normal runterspielen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Ja, das war es so mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann, ciao!